Ja, total. Also ich komme nicht wieder raus. Das ist aber auch Reinhaukes Team schuld. Ja, total. Ich rufe noch mal kurz bei an, hier. Kann ich nix dafür, dass sie so inkompetent sind. What the fuck ist immer noch am Längen! Oder sag mal was. Hey. Hey, du klingst denen was richtig scheiß, oder? Ja. Standard-Passe. Oh scheiß Creeper, ey. Kannst dich gleich verpissen hier. Get the body started, bitch. Ja, ja, ich höll gleich aus der Strip mine, Leute. Ich hab das hier gerade eine fette Ara entdeckt. Ihr klingt wie Pete Smith Season 2. Yolo. Da drauf steht. Da haben die echt damals noch mit irgendeinem MacBook Micro aufgenommen. Dann ist die Qualität, wäre okay. Was meinen du noch? Hab ich doch gerade gemacht! Ich muss hier Aufnahmen aber unterbrechen, ey. Nein, du gehst einfach, du lässt die Aufnahme laufen. Drückst Escape. Das Spiel nimmt weiter auf, ohne Verzögerung oder alles. Doch, doch. Das tut's aber bei mir. Mit Verzögerung, wenn ich das mache, ins Windows gehe. Aber egal, jetzt ist eh zu spät. Oh, und wir da! So, wo bin ich denn hier eigentlich? Ach, hier irgendwo, hm? Das ist ja echt interessant hier. Nein. Oh, fuck, mir leid. Hier kommt fucking Dava runter. Ich hatte schon richtig viel Glück. Oh! Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Was ist los, hm? Das Hock ist warm gefunden. Ja, okay. Oh Gott. Yes, you know the Hock. Ich bin fast tot. Ja, fast reicht mir nicht. Meine Hunde sind... Meine Hunde sind alle, die spawnen. 15 Hunde, alle, die spawnen. Fuck you, Minecraft. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Wieso hab ich keine Pferde dabei? Nein. Moooooo. Sounds... Mann, was ist denn los? Ey, Geräusche hier. So, Musik auch so... So, komm mal, steht da. Könnt Geräusche gegenüber was greift. Jetzt geht's endlich mal hier. So. Von woher wusste Hauke schon eine halbe Stunde bevor er, dass er dann kacken muss? Keine Ahnung. Redet ihr gerade über mich? Nein. Sie haben alle sagen gehört. Übrigens, alle meine Hunde sind teespawned. Hä, wieso das denn? Ich dachte, das hätten sie mal beseitigt. Ja, dachte ich auch. Aber ich hatte ja auch schon mal einen Hund in der es hießen und dann war er weg. Alle teespawnen gerade. 14 Stück. Oder 15. 15. 15. Boah, meine Gier hört nicht auf. Alter, die spawnt. Okay, haupt wir uns wieder auf? Nein, nein. Du brauchst eine vollständige Folge. Nein, ich dauerte nicht mehr lang. Nur noch zwei Stunden. Nein, nein. Noch fünf Minuten oder so. Den wir uns hier ersetzen. Das ist ja voll krass. Also. Diese Zombie-Massaker hier, das gibt's noch nie. Zombie. Zombie-Massaker? Ja, übelst viele Zombies. Wie ist die Quali? Hinten Skype so wie schießen. Frag ich mich auch grad, ey. Ich hab grad so'n rauschen im Hintergrund. Wir sollen uns mal Ventrilo holen oder sowas. Was sollst du dir holen? Schlag mir mal bitte kurz. Okay. Noch einmal? Danke. Äh. Ja. Wir könnten uns echt mal so'n... Ja, keine Ahnung. Ich könnte mal hier einen TS-Server mieten. Vielleicht mal diesmal für längere Zeit. Dann investiere ich halt mal 10 Euro für ein ganzes Jahr. Dann läuft auch nicht ständig ab. Aber 10 Euro sind viel Geld, Kinders. Oh ja. Genau, verdient euch das mal. Echt, Mann. Gib uns einfach 10 Euro, Alex. Alex, gib uns 10 Euro. Weißt du, wie scheiße das jetzt eigentlich hier ist? Meine verkleckten Hunde sind alle verreckt. Woran? Was muss denn das jetzt seine Scheiß-Skelette? Die sind einfach gespawnd. Das ist ja richtig snappig. Ja. Du hast ein Pfeil, ähm... Sack... Nee. Nein, im Knie! I used to be an Adventurer like you. Then I took an arrow to the key. Alex ist aber auf mich zu schlagen. Ich bin sensibel. Bursi. Ähm... Alex ist immer noch nicht weg herum. Was wird's denn von Alex? Keine Ahnung. Ich habe Freifahrtschein hierzu treuens wie ich will. Ist das so? Ja. Ich bin hier sowas von fertig, ja jetzt geh ich hier aber wieder weg. Schnell. Ich hab ganz schön viel gefahren, das will ich ja nie nochmal verrecken. Bereits bin ich gerade auf einen längeren Höhlengang vorne, wenn ich noch nicht in dieser Aufnahme machen werde. Also ehrlich lang kann man auch mal aufnehmen. EWIG. 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 Oh Gott, ich hab mich verwirrt. Du hast dich selbst verwirrt. Das finde ich, das finde ich... Verwirrt. Verwirrt? Ich hab mich verlaufen. EWIG. 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 Brauchst du die Koordinaten? Für mich bin ich einfach mal Level 20 geworden, während des Farms. Soll ich dir die Koordinaten geben, Alex? Ne, ich bin hier in der Höhle, man. Das ist gar nicht so leicht. Wohl, das hier kenn ich ja. Ja, aber mit den Koordinaten könntest du dich einfach rausbuddeln? Ach, vergiss erst, wenn du die haben willst. Nee, das ist gar nicht so komplex hier. Das hat höchstens vier verschiedene Möglichkeiten. Ja, das macht dich besser, dass du dich hier drin verwirrt hast. Ja, es geht ja nie um mich. Es geht ja nie um mich. Es geht doch nur um dich. Ja, Hauke, willst du dazu gar nichts sagen? Was soll man denn zu sagen? Dann spricht man sich und sagt, dass es nicht um ihn geht. Ich bin dir irritiert, man. Ja, das passt schon. Ich bin ein bisschen dump. Dump ist voll. So. Gonna do this shit. Ich will hier raus, ey, das... ...and let it all out. ...and scream, and shout, and let it all out. So, we sing. ich will hier raus ich glaube da geht's raus müsste man fast aber hoch bauen ja ich hätte wohl so eine kleine Höhle wieder rausfinden da geht's raus geht doch ich will kohle ich eingesammelt habe fast drei stecks alt hab ich eine weitsicht ich scheiße mann ich hab gerade die weitsicht von optifien auf unendlich gestellt das ruckelt doch dann wie die hölle ich hab immer noch 30 frames tatsächlich okay es bricht gerade ein aber ich kann unendlich weit gucken ja mann scheiß so ok das war dann die folge jetzt und damit nimmst du wieder auf ok dann geht es weiter 1 2 3 jetzt schaut er bei mir wieder weiter freund diskus in der neuen folge maximus der vierte so back at home würd ich mal sagen back at home ich hab ja auch optifien drauf ne was soll man endlich stellen ich folge dir jetzt das ruckelt dann wie die hölle bei mir mein kopf hat solche hohen anforderungen ähm nope schade aber Alex folgt dir trotzdem wie ein hund Alex kriegt noch einen smug von mir den hab ich mir jetzt versprochen den kriegt er ohne den haken einfach nur so das kann ich bin halt der große wohltäter hier ich bin der bravo der muss halt auch um seine schabos kümmern hey ich bin ein zombie ich meine er legt mich bam bitch in your face wie gefällt dir das ne wie gefällt dir das man das verrottete scheiß zombie fleisch was hab ich denn damit jetzt nehmen wir sowieso nur noch eine folge auf ja also bis ähm viertel nach da musstest du nämlich in die Hire ich schreib nämlich morgen Chemie Chemie hat immer viel Glück ne ja das wird schon irgendwie etwa gar nicht meine letzten Arbeit ne ich hab also mein Kurs hat wirklich die schlechteste Arbeit aller Zeiten geschrieben es gab wirklich von 14 Leuten die im Kurs sind 8 Leute die 0 Punkte hatten also nur 6 und 5 1 kannst du's mal jetzt lassen bitte was ist mir wisst'ne das heil das hasse ich mit dem Bett ich brauch das als Spawnpunkt man auch auch ihr seid so blöd einfach auch ach was soll denn das ey, mal ehrlich okay tschüss ich will dein Besser betten kaputt das ist schon wieder weg dann das bett ist wichtig das ist wirklich sonst muss ich ewig latschen ja klar topi versteckt mich jetzt bei dir ich bleibe auch nicht mehr lange hier weil das irgendwann mal nervt mit euch ich bin hier bald weg und dann baue ich mir mein eigenes ding mit einem sicherheitssystem ich bin gespannt machst du dann so eine wetstorm konstruktion mit alarmenlage und allem drum und dran ich kann auch nur noch zehn minuten mit so pfeilen du bist so eine bitch ey! wieso? das war eine scheiß was mache ich denn? du scheiße warte mal kurz unten ich komme auch gleich runter so jetzt bestimmt wieder falsch an ich baue jetzt mal ein neues kabuff um mich völlig zu beschützen ey ich mache das jedes mal falsch rum mit dem fall ja ich weiß äh der bogen meine ich so ja ich weiß ja das ist aber auch bei mir so ich verweigst jetzt mal mit anrufen jedes mal echt ich glaube das ist eigentlich dir weil es direkt unter deinem haus ist ja kannst aber ruhig nehmen da habe ich kein problem mit kein essen mehr scheiße ich mache jetzt mal am besten so ein ackerfeld hier draus ja mann ey ich habe eisen gefunden jo oh mein gott wo mache ich denn das hier unten ist wasser ich mache das mal oben da ja ich ertrink hier unten tobi das ist nicht cool wie du ertrinkst aus ich kriege keine luft zu bauen ich habe keine luft mehr oh mein gott das schönste haus das je gebaut wurde ich habe das wasser schon wieder weggenommen deshalb ich habe es nur kurz darauf gelassen es ist schon gereicht komme ich jetzt wieder raus ich kann dir wieder wasser drunter lassen ich brauche hier unten sowieso mein kabuff jetzt hier unten das reicht mir ja bei dir ja dann ist ja gut ich siehst du nie wieder ja cool du kannst nichts machen um mich hier gegen zu vertreiben ok tja das wasser kam bei dir und bei mir gar nicht unten an ok oh snap ich ertrink hier unten das ist nicht cool tobi das ist gar nicht cool das einzige was mich unten töten könnte wäre lava aber die hast du zum glück nicht wo wir gerade bei lava sind ne wovon redest du ich bin mal schnell runter gedüsen hast du lieber wasser oder lava deine entscheidung jetzt kannst du nichts anhaben ja ich packe das wasser mal weg hier sozusagen ich hab's zu finden da unten ach quatsch ich bin spiderman ach ne will ich gar nicht ich bin der werwolf ich finde den helm voll scheiße wie das von meinem werwolfs gesicht sieht ich bin der alex voll scheiße ich mag's alex du hast mir letztens erzählt ja jetzt wurdest du aber erwischt ich mag dich auch es ist jedes mal das gleiche kommt immer mit irgendeiner sprühen sache an ah ich tocke mein pissen scheiß wegen hertha nein das versteht irgendwie so torgeldownfall warum hat jemand hier nen unerlichen wasserverrat ich brauch was auch